Die neuen LED High Power Worklights von Adluminis haben bis zu 9.900 Lumen bei 120 Watt. Moment! Knapp 10.000 echte gemessene Lumen in so einem kompakten Gehäuse, geht das überhaupt? Das erfahren Sie in diesem Video. Fangen wir vorne an. Es geht konkret um diese drei Arbeitsschamwerfer mit 120, 94 und 93 Watt. Die Farbtemperatur liegt bei 6000 Kelvin, also optimal zum Arbeiten. Der Leuchtwinkel liegt bei den drei Modellen bei ausgewogenen 60 Grad. Die Gehäuse sind aus Aluminiumdruckos und die Streuscheiben aus Polycarbonat. Die Schutzklasse ist IP67. Damit sind diese Arbeitsschamwerfer tauch- und spritzwassergeschützt. Die echte, gemessene Lichtleistung liegt bei 2.900 bis 9.900 Lumen, 3.900 bis 7.400 Lumen und 2.100 bis 7.100 Lumen. Und genau an dieser Stelle wird es interessant. Herkömmliche Arbeitsschamwerfer können nur genau eine Lichtleistung erzeugen. Diese drei hier aber haben ein intelligentes Temperaturkontrollsystem. Leistung, Sonneneinstrahlung oder der Motor erzeugen Abwärme. Und hohe Temperaturen sind schädlich für LED-Chips. Das hier integrierte System misst die Gehäuse-Temperatur. Übersteigt diese 75 Grad, wird die Lichtleistung, also die erzeugten Lumen, reduziert, um die LED-Chips vor Überhitzung zu schützen. Steht der Scheinwerfer zum Beispiel im Fahrtwind, sinkt die Gehäuse-Temperatur und der Arbeitsscheinwerfer entfaltet wieder seine volle Leistung. Somit stellt dieses Temperaturkontrollsystem die optimale Balance zwischen Performance und drohender Überhitzung der LED-Chips her. Vergleicht man die neuen LED High-Power Worklights mit herkömmlichen Arbeitsscheinwerfern, ist der Leistungsunterschied enorm. Mit mehr als 7.000 Lumen bieten diese drei innovativen Adluminis-Arbeitsscheinwerfer sogar mehr als doppelt so viel Licht wie vergleichbare Xenon-Scheinwerfer. Damit sind diese Arbeitsscheinwerfer für all diejenigen, die keine Kompromisse eingehen wollen oder können. Überragende Leuchtkraft und durchdachte Technik sind hier miteinander verschmolzen. Überzeugen Sie sich selbst! Das kann jetzt nochmal ein bisschen verschenken. Ja, das ist das Gerät ist, was wir über das Gerät. Das ist der Anmarsch-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus. Días, das ist das Gerät. Vielen Dank.